Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Bilanz zum Ferienpass 2017 der Stadt Bruck an der Mur. Fußball. Atus Wartberg gewinnt knapp gegen den SV Mitterdorf. Und das Wetter morgen. Wetterwechsel. Es wird kühler. Die stolze Zahl 21 steht vor dem Ferienpass 2017. Groß war das Angebot und ebenso groß auch die Nachfrage nach den einzelnen Ferienpass-Aktivitäten. Was waren die Highlights im heurigen Programmzyklus? Der 21. Ferienpass in Bruck an der Mur. Eine Erfolgsstory? Demnach, wenn man den Anmeldungen nachgeht mit 1400 Anmeldungen in diesem Jahr, kann es sich durchaus sehen lassen. Was war eigentlich das Interessanteste für die jungen Leute? Interesse hat es in allen Bereichen gegeben, muss man sagen. Aber die Dauerrennen halt wie Töpfern, Kochen, Wandern und in diesem Jahr auch Schach. Interessanterweise, die mit 20 Anmeldungen gleich mal ausgebucht war, was nächste Woche noch vonstatten gehen wird. Es gibt ja eine große Schlussveranstaltung, wo man noch einmal alles Revue passieren lassen will. Und das ist am 10. September. Genau. Am 10. September haben wir auch dieses Jahr vielleicht das Glück, mit dem Woche-Familienfest auch unser Ferienabschlussfest zu feiern. Wo wir größere Möglichkeiten haben, Spiele, Spaß und vieles mehr anzubieten. Nach dem Erfolg ist anzunehmen, dass es im nächsten Jahr wieder einen Ferienpass gibt. Haben Sie da schon im Hinterkopf irgendwelche Highlights? Mit Sicherheit. Es werden neue Sachen dazukommen. Es haben sich bereits sogar Leute, private, die was von den Geschäften in Bruch sind, auch gemeldet. Sie würden gern wie die Apotheke auch mitmachen und einen Tag in ihrem Geschäft anbieten. Erfreulich auch für Sie die Bilanz? Mit Sicherheit. Wenn die Kinder glücklich sind und es gut angenommen wird, erfreut es auch mich und uns, das Sportreferat und das Jugendreferat, wenn es gut angenommen wird. Sportreferat haben wir gerade angeschnitten. Da ist ja einiges los auf dem Gebiet des Sports. Natürlich. Bruck kann man doch als Sportstaat sehen, auch wenn es einige nicht hören. Aber wir haben ja sehr viele Vereine in den Bereichen, die sehr dahinter sind. Und neu dazu sind dann ja auch die Renos, die das American Football zu uns nach Bruck gebracht haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Merkmal. Ein gutes Merkmal. War also großes Interesse auf dem Sportgebiet, aber auch die Kultur wurde angeboten. Wurde sie auch angenommen? Die Kultur wurde sehr gut angenommen. In allen Bereichen eigentlich, von Bücherei hinweg bis Kräuterreise bis Phantasiereise, was weiß ich, waren die Angebote da und sie wurden auch genutzt. Dann kann man sagen, hoffentlich nützen die Leute auch den 21. Ferienpass, denn dieser steht ja wohl zweifellos fest. Natürlich. Und wer das Engagement des Teams kennt, weiß auch schon einiges, was es bei der 22. Auflage Interessantes geben wird. Ja, auch der Bürgermeister ist von allem angetan und meint, anderen Freude machen, heißt auch sich selbst belohnen. 300 Zuseher sind bei diesem St. Barbara-Törby in Wartberg mit dabei. Das ist eine erstmalige Ausführung in der Unterliga nur da. Der Aufstieg vom Mitterdorf hat das Ganze möglich gemacht. Freude gibt es für Wartberg schon vor dem Spiel. Vom Lackiercenter Fuchsbicher-Kapfenberg gibt es eine neue Dress und den Matchball obendrauf. Walter Fuchsbichler macht den Ehrenanstoß. Schade, bei diesem Spiel gibt es für Schiri Alfred Amtmann keine Linienrichterhilfe. Und das bei einem Sonntagsspiel, wo sonntags ganz wenig gespielt wird. Da geben wir die gelbe Karte an Schiri Besetzungsreferat. Wartberg in Weiß-Rot versucht es mit aufgespieltem Freistoßball. Hausbeute gibt es noch keine. Da wäre schon mehr drinnen gewesen. Wir blenden in Minute 10, da gibt es einen Hochkaräter für die Bader-Truppe Wartberg. Mitterdorf hat da Glück. Auch Mitterdorf mit dem ersten Lebenszeichen nach vorsichtigem Beginn. Wartberg nun in der Vorwärtsbewegung. Kommt da über die Außenseite. Reingabe von Roposch aufs lange Fünfer-Eck. Und da ist Reisenegger und drückt 1 und 1 zu 0 für Wartberg. Die Freude riesengroß durch den Führungstreffer in Minute 21. Und die Antwort der Leskow-Segmannen schaut so aus. Nach Wartberg-Ballverlust setzt Hölblin zum Sturmlauf an. Wer gibt da diese Ausgleichschance? Aber darauf folgern dürfen die Gäste jubeln. Wartbergs Abwehr wird zerpflückt. Stefan Degg trifft zum 1 zu 1. Alles wieder offen im Spiel. Vor der Pause setzen sich beide Mannschaften nochmals in Szene. Treffer gibt es keine mehr. Mit dem 1 zu 1 geht es in die Halbzeit. Erster Höhepunkt nach der Pause ist dieser Tonhofer-Einstieg. Dafür gibt es den gelben Karton. Mit der Tore findet nach dem Wechsel gut im Spiel. Hölblin setzt sich wieder gut in Szene. Das Hölblin-Geschoss zu zentral. Dadurch ungefährlich. Und die Wartberger. Viel mehr Asan scheitert an Dufek. Dann wieder Gästeangriff aus Aufseits-Position. Hölblin nimmt das Geschenk nicht an. Es bleibt vorerst beim 1 zu 1. Aber dann gibt es was für die Wartberg-Fans. Nach dummen Ballverlust der Mitterdörfler gibt es das 2 zu 1 für Wartberg. Hassan hat ideal auf kurz aufgespielt. Der sagt Danke. Macht das 2 zu 1 für Wartberg. Gärtner will das Ganze nicht wahrhaben. Wartberg entgegnet da mit einem guten Geschoss. Da müssen die Wartberger nochmal zittern. Mitterdorf hat da die Wartberger so richtig durchgebeutelt. Wartberg begnügt sich mit dem 2 zu 1. Bringt das auch über die Runden. Wartberg hat mit dem Tabellenführer SV Mürz Zuschlag punktemäßig gleichgezogen. Hält bei 6 Punkten. Wartberg nun auf Platz 6. Und die ersten 6 der Tabelle, die haben alle 6 Punkte. Die Veitscher hätten mit Sieg gegen Atman die Tabellenführung übernommen. Aber geworden ist seine 1 zu 3 Niederlage. Ja, es ist ein 7er-Sieg geworden. Wir haben sehr viele Chancen vorgefunden. Haben sich heute nicht genützt. Und somit war es ein schwieriges Spiel. Tabi ist sowieso ein eigenes Spiel. Eigene Gesetze. Und auch Mitterdorf hat gut Fußball gespielt. Hat gute Kicker drinnen. Und darum war es schwer bis zum Schluss. Natürlich, wie du sagst, hätte man mehr Tore machen können. Hat man nicht gemacht. Und so war natürlich die Chance für Mitterdorf immer da, dass sie noch ein Tore machen. Und dann hat man sie ein bisschen zurückfallen lassen. Und das wäre fast für den Gegner X drin gewesen. Ja, muss man wirklich sagen, sie haben dann auch Chancen vorgefunden, wo sie einen Ausgleich wieder machen hätten können. Aber ich sage trotzdem, wir haben einfach mehr Chancen gehabt. Und du musst einfach vor einen Sack zumachen. Und darum ist es eine Zittesie geworden. Wir freuen uns aber trotzdem. Erste Tabi nach vier Jahren wieder. Und damit können wir gut leben. Sechs Punkte aus zwei Spielen. Da sind wir sehr zufrieden. Heute war es noch einmal sommerlich und warm bei Höchstwerten um die 30 Grad. Morgen wechselt das Wetter auf unbeständig und kühl und die Werte erreichen gerade einmal 22 Grad. Musik Und dann wird das Wetter auf unbestimmt. Untertitelung des ZDF, 2020